Jetzt nehme ich euch ein bisschen zum Training mit Dandy mit. Er war heute ziemlich nervös und hatte sehr viel Go. Das hat er normalerweise nicht und deswegen habe ich das auch ausgenutzt, habe Trabbverstärkungen gemacht und habe auch den Außengalopp geübt. Das haben wir erst angefangen mit unserem Trainer, also toucht uns nicht so sehr. Auf der anderen Hand war er da dann ganz überfordert. Ihr seht auch, wie er auf das Gebüß beißt. Also das hat ihn total überfordert. Deswegen bin ich dann nochmal mit ihm eine ganze Bahn normal überlobiert, auf der richtigen Hand, um ihn dann wieder runter zu bekommen. Das hat auch ganz, ganz gut funktioniert. Also er hat sich dann wieder gesammelt dadurch. Und dann haben wir es nochmal probiert und es hat schon wesentlich besser funktioniert. Das ist für ihn jetzt das dritte Mal, dass wir es gesamt üben. Und dann nochmal eine Trabbverstärkung, wie wir finden, das macht er super brav. Dann war auch schon wieder die Puste draußen und wir waren fertig. Folgt uns gerne für mehr.